Ich musste mir natürlich wieder ein sehr seltsames Land aussuchen. Das ist nämlich die Serie, wo ich heute vor mit Preußen spiele. Ich bin froh, dass wir überhaupt noch überlebt haben, denn wir haben gar keine Generäle und am Anfang hatten wir auch gar keine Fabriken. Heute seht ihr, ob wir es schaffen, den Zweiten Weltkrieg zu überleben oder was noch passieren könnte. Und das Ganze wird noch wirklich richtig, richtig spannend. Deshalb definitiv bis zum Ende dranbleiben. Und ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Da sind viele nordische Länder dabei und ich glaube auch Niederlande, ja, einige der kleinere Nationen. Und ich denke, wir schaffen das alles zurückzuholen. Und ich denke, wir holen hier Sachen wieder. Wir haben einfach Indien auch hier und ich bin ziemlich erfreut bisher. Dafür hat weniger im Osten dafür. Britische Truppen haben wir auch und viele, viele Leute eingekesselt. Die haben einfach ihre Hauptstadt in unserem Territorium. Und deren Verluste steigen gerade sehr, sehr schnell, gleich bei über einer Million. Wir haben aber auch eine Million Verluste. Ich denke, ich werde immer mehr Zivilfabriken gerade bauen, wegen den ganzen Schäden. Und nochmal ein paar Truppen hier, denke ich mal, eine. Dann gehen wir wieder in den Osten. Hier auch nochmal weiter nach unten. Und ich glaube, wir fallen gerade vielleicht wieder zurück. Oh nein. Ich hole mir die Teile. Die Garnisonen werden halt schwerer und schwerer werden. Wir haben noch zwei Finisher-Truppen gehabt hier gerade. Und ich sehe sehr viel Grün. Gut. Ich glaube, das Equipment geht immer noch gerade. Support-Equipment geht aber runter. Panzer. Na gut, das sind Lighttanks. Wir haben, glaube ich, auch ein paar Flieger. Wir können das hier machen. Können wir Flugzeuge dadurch holen? Irland in den Alliierten. Oh nein. Gegen uns auch. Wir haben Silvastopol, dadurch auf der Krim weiter nach vorne. Mit denen konnte ich ja selber nicht überleben, wie ihr ja alle wisst. Die waren dann ein wenig sehr, sehr klein. Second Vienna Award. Und die Burganen haben sich hier einen Teil geholt, den sie auch im echten Leben haben. Die Burganen waren ja in den Achselmächten und haben mehr Territorium am Ende gehabt. Ja, ein wenig seltsam, wenn man drüber nachdenkt. Wir könnten so einige Leute eingreifen. Naval Development, da habe ich noch nichts so gemacht für. Ich weiß, dass Klaus-S-Support gut ist, aber ich weiß nicht, wo ich die holen kann. Wir können mittlerweile vier Sachen gleichzeitig erforschen. Und Mannstärke geht hoch. Wir haben auch sehr viel Non-Core-Mannstärke. Finland wird uns hoffentlich gleich mithelfen. Wir haben gleich Leningrad. Wir haben aber, wir haben halt so wenig Truppen, dass wir hier nur zwei haben je. Oh oh. Die Sowjetunion will die Fynn, glaube ich, gar nicht mal angreifen gerade. Das hier ist nicht so gut, da brechen gerade die Dänen durch. Ich konzentriere mich aber einfach auf die Frontier. Wir haben Moskau, glaube ich, irgendwann geholt, oder? Ja, wir haben die geholt hier. Völlig übersehen. Wie viel Prozent machen wir generell? Japan nutzt sich China, definitiv. Ich vergesse die ganze Zeit die Flugzeuge. Ah, ich kann mir hier Sachen holen. Gut. Ich habe bald wohl keine Ahnung, wie ich die einsetzen kann. Bulgarien ist in den Aktienmächten mit drin. Im Norden gehen wir auch schon nach Norwegen. Und wir haben die Sowjetunion, hat kaum mehr Truppen an der Front. Und uns fehlt mittlerweile Support-Equipment. Oh oh. Da haben wir nicht so viel von. Ich darf vielleicht nicht mehr so aggressiv reingehen. Ich werde die Sowjetunion bald kapitulieren. Ich hole Bulgarien mit rein. Wie nah sind die? Die sind schon ziemlich weit. Und haben auch gar nicht so viele Leute verloren. Viele gegen uns, aber wir haben... Na, geht noch. Wir brauchen mehr Kernstaaten. Wir müssen die holen. Griechenland ist in den Alliierten. Nicht noch eine neue Front, Leute. Ich mache mir so nur Sorgen. Wir müssen uns eine Seite holen. Danke dir sowjetischen Truppen. Die sind halt schwächer als unsere. Überall wo wir sind, greifen wir die auch an. In Dänemark kommen die aber weiter. Leute, ich mache mir Sorgen. Ich gehe hier die ganze Zeit durch in der Hoffnung, dass wir irgendwie neue Leute haben, aber macht halt keinen Sinn. Ich denke, wir müssen nur noch Stalingrad holen. Die halten echt, echt nicht mehr lange. So viele Truppen haben die aber auch einfach. Wir haben beide wieder 22 Truppen. Dafür sind wir echt gut. Und manche Steak haben wir definitiv weniger. Oh, gut. Oh, ich glaube, wir haben Probleme hier im Norden. Dafür im Süden alles super. Es ist doch Sommer und nicht Winter. Leute, oh nein. Die haben doch gar nicht so... Oh nein. Oh nein. Nein. Sagt nicht, die holen durch Dänemark alles. Leute. Leute, ich mache mir Sorgen. Die brechen durch. Schickt mal eure Truppen dahin. Schicken die Truppen, ich glaube nicht. Verteidigt einfach. Sind unsere Truppen, die sind angekommen, glaube ich. Oder? Eine Truppe ist da. Wir haben halt nur vier Truppen, die ich gerade abstellen kann. Mal auf den einen Teil nur. Die greifen aber noch nicht an bisher. Die breiten sich aber auch aus. Die Sowjetunion muss halt fallen vorher. Ich will wenigstens einmal gewinnen in diesen Videos. Alle Flugzeuge, die wir haben können, mit reinholen. Oder soll ich den in den Osten mit holen? Vielleicht in den Osten besser. Dadurch holen wir den Teil schneller. Bitte, bitte, bitte. Oder halten die... Das ist gerade echt ein bisschen wie im Echten nehmen, habe ich das Gefühl. Wobei, wir haben ja Moskau. Das ist definitiv anders. Äthiopische Truppen einfach mit drin. Garnisionen, die halten noch. Equipment geht noch. Bis auf die Panzer vielleicht. Immer noch vier Gollen auf der Karte. Gleich haben wir Stalingrad, hoffe ich mal. Unsere Truppe schicke ich einfach direkt dahin. Ich glaube, wir haben überhaupt nur eine Truppe, Gala, in dem Teil. Und die geht auf Alleingang. Nicht für den Teil. Da haben wir nämlich die Stadt. Kommt schon, Leute, bitte. Oh, passt nur ein Prozent. Können wir... Wir können auch nicht rein. Das eine Teil müssen wir nur noch holen. Zwei Leute, eine Person noch drin. Und wir hatten gerade... Wir haben Stalingrad. Wir haben... Ging das an uns? Nein, das ging wieder an die Deutschen. Schade. Dafür kann der D-Kollegen nochmal angreifen. In Europa halten wir. Die greifen auch nicht an aus irgendeinem Grund. Würde eigentlich mehr Sinn machen, für die anzugreifen, bevor die Sowjetunion fällt. Hat Vichy Frankreich hier eigentlich gerade mehr bekommen, den einen Teil? Oder ist das realistischer generell? Wir greifen gerade an. Gut. Wobei, geht eigentlich noch. Halten wir Stalingrad. Ich hoffe. Ist halt direkt an der Front. Wie viel Prozent haben die noch? Die haben halt auch noch ein bisschen Prozente. Und ich glaube, wir fallen zurück. Oder? Na, wir greifen noch ein wenig an. Unsere eigene Truppe macht, glaube ich, den großen Teil vom Angriff. Liberia hilft den Alliierten. Ich glaube aber, unser Template wird auch uneffektiver über die Zeit. Ich hoffe, der Kaukasus wird reichen schon. Die Japaner wäre echt hilfreich, wenn wir das Vastopol holen könnten. Wir brechen überall durch, außer am Norden, die Heidland-Leningrad. Sollte ich meine Truppen vielleicht einfach hier holen? Na, ich weiß noch nicht. Lieber irgendwie überall mithelfen. Wir brauchen Heidland-Leningrad. Nehmen vielleicht die vier Truppen dahin. Jugoslawien wurde angegriffen. Ist Finnland in den Alliierten mit drin? Ja, warum? Oh, oh. Die Alliierten greifen wieder am Norden an. Und die greifen auch in Italien an. Nein, wir sahen so gut aus. Wir haben Rom verloren. Ich will nicht schon wieder verlieren. Unsere Truppen sind angekommen schon. Wir müssen halt oft hoffen, das wird ein Zeitspiel. Vielleicht kapitulieren auch beide Seiten auf einmal. Wäre irgendwie witzig. Ich muss eigentlich auch eher Militärfabriken bauen. Warum baue ich die denn nicht? Die fehlen uns eher. Wir kommen immer noch nicht durch. Oh nein, die brechen auch noch durch. Nein, Leute. Wir haben zu viele Fronten, glaube ich. Wie ihr sehen könnt, bleibt das hier weiterhin ziemlich spannend. Und beide Seiten könnten wirklich noch irgendwie gewinnen. Ich will hier aber nochmal die Communitywahl erwähnen. Einige regen sich immer auf, wenn Parteien schlechter oder stärker sind. Wenn ihr aber daran was ändern wollt, müsst ihr auch selber abstimmen. Und dadurch könnt ihr das Ergebnis verändern. Natürlich nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern. Der Link dafür ist wie immer in der Beschreibung. Und ich kann auch schon sagen, dass diesmal deutlich mehr Leute mitmachen werden. Also auf jeden Fall noch teilnehmen. Wenn ihr neu seid, solltet ihr auf jeden Fall abonnieren. Dadurch verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos mehr. Und ich weiß, dass das 80% von euch noch nicht machen. Deshalb auf jeden Fall nachholen. Beim letzten Mal wollte ich ja die 200 Likes schaffen. Das haben wir nicht ganz gepackt, aber einmal noch ziemlich viel. Deshalb versuchen wir es heute einfach nochmal. Schaffen wir die 200 Likes? Wenn ja, wird der nächste Teil auf jeden Fall nochmal früher kommen. Das nur hier für kurz. Und wir machen einfach weiter mit Preußen. Wir sind halt als Stadt selber zu... Was passiert hier? Oh, China ist gerade gefallen. Wir fähren kommunistischer. Oh, oh. Leute, bitte. Nicht jetzt am Ende. Die fallen hier halt echt. Schaut euch mal an, wir... Ja, wir verlieren so viel Infanterie-Equipment. Wir halten nicht mehr lange durch. Mussolini ist gefallen. Bitte, Leute. Wir brauchen nicht mehr viel. Oh, vielleicht in Leningrad. Vielleicht? Greifen wir gerade an? Oder verteidigen wir? Wir greifen an. Ich hoffe, die fallen nicht in Europa. Die brechen... In Jugoslawien sieht schon mal besser aus. Aber ich glaube, wir machen keinen Fortschritt mehr in der Sowjetunion. So weit sind wir gekommen und vielleicht nicht mehr. Wobei Ungarn und Rumänien noch ziemlich helfen. Soll ich vielleicht meine Truppen von der Front wegnehmen und einfach in Europa helfen? Wisst ihr, was das macht? Glaube ich einfach. Ich hoffe, wir haben sonst hier genügend Truppen. Leningrad hält immer noch. Und wir haben den Bürgerkrieg in Italien. Habe ich ein wenig erwartet schon. Nein, ich will nicht mehr Kommunisten in der Regierung. Ich hoffe wirklich, unsere Truppen helfen genügend. Wo haben wir nochmal unsere Verluste? Wir haben halt deutlich mehr als die Achsenmächte. Eher als die andere Seite. Wobei gar nicht mal so viel. Gut, die Jugoslawien hat glaube ich kapituliert. Das sollte einige Sachen nochmal ändern. Wir brechen durch nach Albanien. Im Osten brechen die dadurch. Da fallen die... Fallen die? Ne, die greifen noch an. Die greifen halt auch hier noch mit Naval Invasion an. Was ein teuer Name für eine Stadt. Victory Point Iter. Einfach. Ich muss meine Truppen aber in den Norden holen. Wir stopfen irgendwie überall die Löcher, die die anderen nicht halten können. Wie viele Truppen haben die hier? Wieder die ganzen kleinen Staaten auch. Gegen die gewinnen wir aber, denke ich mal ja. Auf dem eigenen Territorium macht es das Ganze deutlich leichter. Ich kann auf jeden Fall stolz auf meine Arbeit generell sein. Heute kommen die näher. Ich glaube, die haben einen kleinen Teil gerade geholt. Leningrad hält aber weiterhin. Die deutschen Truppen sind halt echt nicht so viele. Und eher ein Stillstand im Osten die Front. Dafür sehr schön im Norden. Das sieht mal wieder sehr schön aus. Gut. Wir können viele Leute. Hoffe ich holen. Nochmal die Verluste. Die sind schon weg gleich, glaube ich. Dadurch können wir uns hoffentlich nochmal angleichen. Ja, die gehen hoch. Sehr hoch. Waren auch noch nicht alle. Gehen wir über 800.000. Das sind ja nur... Waren nur die Minor Nations. Oder die Major Nations. Das ist sehr gut. Auch wenn ich die vielen verschiedenen Länder hier sehr gut finde. Im Osten machen wir, glaube ich, wieder an... Die Sowjetunion greift mittlerweile an. Hier holen wir aber viele. Wichtig. Die greifen auch wieder am Norden an. Eine Front weniger hier. Und alle in den Süden. Irgendwie ist das aber echt ein wenig wie im echten Leben eigentlich. Historisch auch, wenn wir Preußen einfach sind. Und die Sowjets wollen halt echt angreifen. Ich hoffe, wir halten. Im Norden kommen die halt auch wieder. Wir sind aber im Süden, glaube ich, besser. Die Albanier halten immer noch in einem kleinen Teil. Die sind immer richtig gut im Spiel. Immer egal, wie ich spiele. Die Australier haben schon wieder 50 Leute rein. Ich habe den gerade, by the way, mittlerweile verlassen. Und wir haben wieder mehr Support-Equipment. Vielleicht nochmal mehr Close-Ass-Report mit reinholen. Ich hoffe, ich kann hier auf Geile mal runtergehen. Das will uns helfen. Frontiers von Japan. Gut. Senden die allen Leuten was. Ich glaube. Hoffe ich. Wir brechen weiter durch im Süden. Die brechen aber auch im Norden durch. Oh oh. Könnten wir die einkreiseln? Oh nein. Schon wieder so eine große Armee. Alle Kollegen dann hier hin. Und ich glaube, wir halten bisher. Unsere Truppen sind echt schnell dahin. Finde ich ziemlich gut. Oh nein. Wir kriegen vielleicht das Warschau-Uprising. Das würde uns nicht in die Karten spielen. 41 bisher. Ich überlege gleich einfach nur nach Leningrad zu pushen mit allen Truppen. Die Sowjetunion hält halt immer noch. Ich denke mal auch Leningrad wird da nicht reichen. Hier holen wir den Teil wieder. Wir müssen uns halt entscheiden. Eine Seite können wir nur besiegen. Und ich glaube, die Sowjetunion ist der leichtere Gegner. Die kapitulieren ja gleich. Aber auch schon seit Jahren nah an der Kapitulation. Japan hilft uns. Dadurch aber auch die USA gegen uns gleich. Den Teil schnell und dann Leningrad pushen. Weil ihr seht schon, die brechen durch in Europa. Hier brechen wir gut durch. Ganz, ganz wichtig. Und das eine Teil auch noch mit Hohenschön. Alle nach Leningrad. Ich weiß nicht, ob das genug sein wird. Aber hoffen immer. Hoffnung stirbt zuletzt auf jeden Fall. Na, die halten halt noch. Australien auch schon wieder Truppen. Albanien hält noch mit ein paar Truppen. Haben die da Bunker oder wie? Fortefight, denke ich mal. Ich meine, das ist Albanien. Fortefight passt dann natürlich. Aber Australien richtig gut eigentlich. Und ich glaube, ich sehe Goyen. Schaffen wir es? Ich will die Sowjetunion holen. Auch wenn wir in Europa verlieren. Und ich denke, die fallen. Leute, rennt hier rein. Warum rennen die nicht rein? Viel, viel Goyen. Front ist auch schon wieder größer, als ich eigentlich haben möchte. Wir brechen durch. Wir brechen nicht durch. Holt euch doch einfach den Teil. Haltet es auch bitte. Albanien hat kapituliert. Trauer Tag. Nicht für uns, aber. Aber Großbritannien kommt halt echt. Kommt schon. Die Sowjetunion. Bitte. Wir brechen durch. Und die Truppen in Leningrad sind eingekreisert. Haben die überhaupt noch Supply dann? Ich glaube, die haben eine Truppe verloren bei sich. Die verlieren mehr und mehr Truppen. Gut. Ach. Ich denke, denen fehlt ein Supply. Oder? Nee, nicht Organisation eher. Wir haben gleich Leningrad. Aber die haben auch gleich Deutschland. Und die haben gleich uns. Oh nein. Ich glaube, wir werden kapitulieren. Ich versuche nochmal irgendwie neue Truppen. Die haben halt kein Equipment dafür gleich. Oh nein. Uns pittert so viel. Kommt schon. Holt Leningrad. Schnell. Die haben zwei Truppen. Wir werden aber auch gleich kapitulieren, oder? Es ist halt alles so knapp. Ich teile meine Armee auf. Ihr verteidigt in Europa. Der ist nur noch Leningrad. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch ankommen. Ich glaube, die kommen nicht mehr an. Rechtzeitig. Hier greift nur noch Leningrad an. Es ist halt so unglaublich knapp. Aber ich glaube, wir verlieren noch. Es wird sehr, sehr spannend werden. Breslau wird vermutlich bald angegriffen. Oh, die brechen. Die sind halt so schnell. USA sind ja im Team. Egal. Gab unsere Truppe alleine. Wir haben Leningrad. Wird nicht reichen, denke ich mal. Oh. Mann. Pain. Oh, die pushen wieder am Osten, aber halt nicht im Westen. Wir werden kapitulieren, denke ich jetzt. No way. Weil wir überleben. Die Deutschen greifen aber auch noch an, die Sowjetunion. Wie kapitulieren wir noch nicht? Wir sind 99% an der Kapitulation. Und uns fehlen halt hier auch die Truppen. Wir werden kapitulieren, so oder so. Wir werden dann aber, denke ich, auch unsere eigenen Truppen verlieren, was so nervig sein wird. Och, Mann. Das Spiel kann teilweise richtig pain sein. Die Sowjetunion ist halt so, so nah. Wie nah sind die gerade? 91% geht noch für die Fasten. Wir brechen wieder durch. Holen wir wieder Teile. Wir brauchen halt dringend, dringend Teile hier oben, damit wir nicht kapitulieren. Aber die Deutschen werden, denke ich, kapitulieren vorher. Wir werden halt eingekreiselt überall. Wir haben nicht genügend Truppen alleine. Wobei, doch nochmal ein bisschen besser im Baltikum. Aber im wichtigen Zentraleuropa nicht. Die Yalta-Konferenz. Wie nah? Wir sind wieder weiter weg von der Kapitulation. Okay, wir brechen nochmal durch. Die Deutschen gehen, glaube ich. Ah, wir sind nicht im Krieg mit Finnland. Gut. Dadurch halten wir, denke ich, mal Leningrad. Wir werden hier so viele Truppen holen, wenn wir es schaffen. Aber wir haben halt auch nicht so viele Truppen selber. Kann ich die hier schon setzen? Nee. Wir brechen durch im Süden. Wichtig. Wir halten das Baltikum. Wobei, die gehen auch nach Tallinn. Wir haben keine Truppen hier am Norden teilweise. Wir dürfen nicht Tallinn verlieren. Auf gar keinen Fall. Oh, oh. Irgendwie verlieren gerade alle Länder auf einmal. Wir verlieren gegen die Alliierten. Und die Sowjetunion verliert gleichzeitig gegen uns. Und die Frage wird sein, wer als erstes den anderen besiegen kann. Holen wir die Sowjetunion oder holen uns die Alliierten vorher? Oder passiert vielleicht sogar beides und dann werden alle Dinge sehr seltsam? Das erfahrt ihr im dritten Teil, denn hier machen wir mal wieder Schluss heute. Natürlich muss ich das machen. Wie gesagt, ihr müsst liken und abonnieren. Ich wollte das Video eigentlich gestern schon bringen, hat aber ein wenig länger leider gedauert. Deshalb verlängere ich auch nochmal die Community-Wahl bis zum 5. Juni. Denn gerade nehmen auch nochmal einige Leute mit teil und ich will, dass ihr alle mit teilnehmen könnt. Da wird auf jeden Fall einiges anders sein. Und hier findet ihr nochmal ein anderes Video. Da haben wir ein Battle Royale um die komplette Erde mit modernen Grenzen. Wenn euch das so gefällt, wird euch das vielleicht sogar noch mehr gefallen. Welches von fast 200 Ländern kann da überhaupt überleben? Dann findet ihr in der Beschreibung meinen Discord-Server und könnt ihr gerne mal draufjoinen. Das war's für mich für heute und ich sage einfach nur noch, ciao. Ciao.